Hm, warum ist diese Pfanne kaputt? Als ob ich wüsste, wie man die repariert. Ah. Was meinst du denn da, Kleiner? Das würdest du wohl gerne wissen, Papa. Ich erschaffe ein Meisterberg. Wenigstens einer von uns. Ach. Aber ja, das Klebeband. Ah, perfekt. Und mit der richtigen Platzierung habe ich das Problem gelöst. Oder auch nicht. Warum mache ich es überhaupt? Ist das dein Stift, Sohn? So eine Unordnung. Warte, bis ich damit fertig bin. Dann zeige ich es dir. Ach, frischer Kaffee. Keine Stifte. Also, wo war ich? Komm. Oh. Ich habe eben erst nachgefüllt. Da kommt Kaffee rein und sonst nichts. Warte. Ich hab's. Liegen die Stifte überall rum? Schnapp dir Tape und kleb sie zusammen. Dreh sie um und kleb das Tape drum. Wenn das fertig ist, kann's losgehen. Cool. Hey, Justin. Hä? Was ist das? Was ist das? Schau zu und lerne. Brauchst du vielleicht grün? Danke, Papa. Das ist cool. Sie bleiben jetzt alle zusammen. Und ich bin ja auch gleich fertig. Jetzt verliere ich keine Kappe mehr. Das sind tolle Nachrichten, Sohn. Wenn ich das auch für mich sagen könnte. Ich bestelle einfach online eine neue. Oh, mein letzter Post hat so viele Likes. Sehr schön. Hä? Hey, verschwinde hier. Okay, Fliege. Bleib genau da. So ist's gut. Nicht bewegen. Ich hab dich gleich. Jep. Bleib einfach auf dem Boden. Aha. Erwischt. Ach, blöde Fliege. Egal, wo war ich? Oh, ein sprechender Affe? Cool. Hey, wo kommen die denn alle her? Ah! Warte mal. Ich werd euch nicht gewinnen lassen. Nicht mit mir. Okay, dann mach ich mich ans Werk. Ihr wollt spielen, was? Dann nehmt es mit mir auf. Und jetzt drunter vor meiner Decke, ihr Fliegen. Gah! Oh, oh! Äh, oh, oh! Autsch! Es ist noch nicht vorbei. Oh, hi, Papa. Hi, Kleiner. Abi ist grad ein bisschen beschäftigt. Bin gleich wieder da. Gut, dass er fertig ist. Ich muss dringend. Oh, was ist denn hier passiert? Die Klobrille sieht ja eklig aus. Da kann ich mich nicht draufsetzen. Ähm, es ist nicht, was ich denke, was es ist, oder? Ich will's gar nicht wissen. Waaah! Oh ja? Du solltest Angst vor mir haben. Ich hab Waffen, siehst du? So knapp. Ha! Hör auf, dich so schnell zu bewegen. Waaah! Waaah! Ich soll doch nur bullern. Warte, Justin. Ich komme, Sohn. Was ist passiert? Bist du okay? Ich kann da nicht drauf sitzen. Oh. Ich wusste nicht, dass meine Schuhe so dreckig sind. Warte, ich hab eine tolle Idee. Ich bedecke die Brille einfach mit der Tüte. Das Loch nicht vergessen. Jetzt kannst du drauf, Justin. Kein Schmutz bewirrt deinen Puppo. Ah, das fühlt sich gut an. Danke. Nur für dich, Sohn. Mehr fliegen? Oh, ihr werdet untergehen, Freunde. Ihr entkommt mir nicht. Naja. Ja. Ach. Wieder ein Samstag ohne Spaßplan. So ein Mist. Nicht mal die blaue Limo kann mich aufmuntern. Hey. Was ist denn hier los? Hier ist tote Hose. Oh, das ist aber schade. Hör mal. Willst du was super Spannendes machen? Schau dir diese Mentors an. Hä? Huf. Wo sind sie hin? Oh, da sind sie ja. Oh, das ist voll lahm. Ich hab's versucht. Warte. Ich weiß, was wir machen können. Was denn? Hey, schau her. Mh. Lecker. Boom. Wow. Soll mich das etwa beeindrucken? Ach. Mensch, du bist ne harte Nuss. Hm. Was ist mit der Limo? Hm. Das ist es. Oh, yeah. Ich brauche nur ein extra Glas. Entschuldigung. Okay, perfekt. Jetzt kann's losgehen. Ich muss nur ein paar Sachen vorbereiten. Und der Transfer kann beginnen. Leg den Trinkheim einfach drüber. Und die Limo fließt von einem Glas ins andere. Hey, guck dir das an. Hä? Hey, wie hast du das gemacht? Du hast nicht mal das Glas gekippt. Ich weiß. Ich habe das genutzt. Schön, dass ich dich unterhalten konnte. Bis später. Ah, endlich Snacktime. Oh, das ist mein Junge. Wie hast du das gemacht, Justin? Ist wie echte Magie. Das ist unglaublich. Ja, mein Job ist hier getan. Wow, das ist ganz schön cool. Das will ich auch mal ausprobieren. Unglaublich. Und die Kekse sind super lecker. Ich könnte Millionen davon essen. Yep. Okay, ich bin zu Hause. Justin, ich war auf dem Heimweg noch einkaufen. Was? Mein Laptop. Voller Krümel. Ah? Oh, hi. Aber der ist nagelneu. Du darfst nicht da drüber essen, Justin. Der Laptop war sehr teuer. Unfassbar, dass du das alles vollgekrümelt hast. Eigentlich kann ich dir gleich einen genialen Hack zeigen. Dafür brauche ich nur diesen klebrigen Schleim. Und so einfach sind die Krümel weg. Der Schleim holt sie aus jedem Winkel und jeder Ritze. Und natürlich die vom Tisch. Ein bisschen noch. Das war's. Und? Ich denke, du hast genug von denen. Was hat der für ein Problem? Oh, ich hab noch mehr davon. Ha. Hm. Hey, jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Ja, aha. Dieses Frühstück ist sehr unterhaltsam. Papa ist am Telefon. Schon wieder. Die E-Mail hab ich nicht bekommen. Hey, Papa. Ich hab Hunger. Du hast mich nicht ins CC gesetzt? Gib mir eine Minute. Ich will Frühstück. Äh, schätze, ich muss mir selbst was machen. Ja, das mach ich. So schwer kann's ja nicht sein, oder? Dann fang ich mal an. Ein Ei drin. Ha. Oh. Ach, egal. Rein damit. Ich glaub, ich muss umrühren. So machen sie es in den Kochshows. Ich wette, ich könnte Chefkoch werden. Ich sagte meine E-Mail, nicht deine. Hä? Was riecht hier denn so? Oh, Justin. Das hast du nicht. Meine blitzeblanke Küche. Nein, du bist hier fertig. Setz dich. Warum hast du denn den Herd benutzt? Ich war im Verhungern. Oh, du wolltest Frühstück machen, was? Ich koch dir etwas. Ich mach nur schnell ein bisschen sauber. Gut, ich hab auch noch was. Das wird meine schönen Fliesen schützen. Damit sieht's auch richtig gut aus. Und ich kann rumspritzen, so viel ich will. Warte, was macht er denn jetzt? Und einfach so ist alles wieder sauber. Siehst du? Siehst du? Fertig. Mh, das ist lecker. Juh, guten Appetit. Oh, warte. Hallo? Ja, sprich schneller, klar. Nein, ich war nur kurz beschäftigt, okay? Ich werde um zehn im Büro sein. Uh, dieses Spielzeug ist so weich. Matthew, nein! Hä? Hm, du kommst mit mir. Aber Mama! Wow, du bist ganz schön schwer geworden. Mom, ich hab Höhenangst. lass mich runter. Ich glaub, ich glaub, ich krieg noch einen Leistenbruch. Was machen wir hier? Ich werd dir einen leckeren Snack machen. Zuerst brauchen wir ein paar Kekse. Die tue ich in den Mixer. Und los geht's. Wow, wie die abgehen. Wir wollen aus ihnen ein feines Pulver machen. Ich hab hier die Schüssel. Danke, Schatz. Und es ist schon fertig. Und ich schütte es in die Schüssel. Und was machen wir dann? Wir geben Lebensmittelfarbe dazu. Und wir nehmen grün. Die brauch ich nicht mehr. Und nun vermisch ich alles. Wow, wie Zauberei. Nicht ganz. Es fühlt sich gut an, wenn man es drückt. So was Cooles hab ich noch nie gesehen. Ich hab das gleiche mit anderen Farben gemacht. Und wie findest du's? Matthew? Wo ist er hin? Matthew? Was machst du da? Es ist nicht, wonach es aussieht. Was hatte ich gesagt? Kein Spielzeug essen. Probier lieber mal das hier. Fantastisch. Danke, Mom. Ich frag mich, wie das schmeckt. Mh, schmeckt gut. Und ich kann damit Formen machen. Dafür brauch ich nur meinen Keksausstecher. Das macht total Spaß. Ich freu mich, dass sie dir gefällt, mein Süßer. Was für ein Tag. Hä? Die Tür geht nicht zu. Was stimmt denn hier nicht? Oh, da haben wir das Problem. Was machst du mit dem Bär? Das sag ich Mom. Passt bitte auf, wo du dein Spielzeug hinlegst. Was hat dir denn mein Spielzeug getan? Was zur... Überall liegt Spielzeug rum. Was soll's? Ich heb's auf. Oh nein. Mickey. Mickey. Pass auf. Nein. Bitte, sei okay. Ihre Mom wird mich umbringen. Mickey. Oh nein. Ich kann's nicht glauben. Was hast du nur getan? Wer? Wer? Warum? Alles okay. Spielzeug ist nicht echt. Ich meine, ich krieg das wieder hin. Und wir brauchen nur diesen kleinen Kerl hier. Ich platziere ihn an der Tür. Und wenn sie zugeht, bleibt noch eine schmale Lücke. Ich will das ausprobieren. Es geht los. Gute Arbeit, Dad. Und nun repariere ich deinen Teddy. Ich stand noch nie so unter Druck. Oh, gee. Ich meine, äh, das macht nicht weh. Ich hoffe, du machst das ordentlich sonst. Mh, die Karotte schmeckt. Weg mit dir, Flamingo. Jetzt mal ich mit dem Stift auf dem Luftballon. Nur ein paar Striche. Fertiges der Smiley. Wie süß, mein kleiner Künstler. Luftballongesicht ist mein Freund. Nein, jetzt muss ich ihn wieder aufpusten. Oh nein, Luftballongesicht. Der Ventilator hat Luftballongesicht kaputt gemacht. Oh nein, bitte nicht weinen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich will mein Luftballongesicht. Ich habe einen kaputten Luftballon und einen unbeschädigten. Den unbeschädigten Luftballon stecke ich in den anderen hinein. Und jetzt kommen noch ein paar Glitzerstände dazu. Als nächstes fülle ich etwas Wasser in den Luftballon. Aber nicht zu viel Wasser hineinfüllen. Zum Abschluss kommt eine Schleife drumherum. Perfekt. Der Luftballon ist zugebunden, damit er kein Wasser verliert. Schau mal, Liebling. Hier hast du ein neues Spielzeug. Ein neues Spielzeug? Was ist das? Wow. Wenn ich drücke, wird ein Luftballon draus. Hey. Sogar mit Sternen innen drin. Voll cool. Hä, Krebsi wird dich kriegen. Hi, Liebling. Hast du Spaß? Hier ist ein Snack für dich. Juhu. Gummibärchen. Danke. Dich esse ich als erstes. Lecker. Meine Lieblingssorte. Wie süß. Also dann, viel Spaß beim Spielen. Achtung. König Krebsi kommt. König Krebsi ist doof. Jetzt ist Krebsi ein Weltraumpirat. Peng, peng. Laserkanone feuern. Oh nein. Meine Gummibärchen. Was ist mit ihm passiert? Äh. So klebrig. Wie geht's? Mama. Oh weh. Was ist los? Was passiert? Meine Gummibärchen sind jetzt klebriger Schneim. Oh je. Die sind in der Sonne geschmolzen. Oh. Das bringt mich auf eine Idee. Bin gleich wieder da. Ich brauche einen Teller, Wachspapier und eine Ausstichform. Der Stern hat eine gute Form. Jetzt kommen die Gummibärchen hinein. Als nächstes schmelze ich die Gummibärchen. So ist gut. Sie verlieren ihre Form und schmelzen zu einer Masse. Zu guter Letzt kommt auch ein Stiel hinzu. Ich mag nicht mehr spielen. Bin traurig. Ich will meine Gummibärchen. Hier mein Liebling. Wow. Ein Sternlutscher. Lecker. Schmeckt genauso wie meine Gummibärchen. Hier ist die Pferdchen. Probier mal. Meine Lieblingssorte. Was? Was? Oh. Hallo Fifi. Ah. Ah. Hatschi. Popel. Hat dir jemand was von Popel gesagt? Äh. Papi. Was machst du da? Etwas warm. Ich muss etwas unternehmen. Aha. Gut, dass ich immer einen Erste-Hilfe-Koffer dabei habe. Mal sehen. Was brauche ich? Im Ernst? Was geht hier ab? Das brauche ich noch nicht. Hustensaft? Igitt. Aha. Ich liebe dieses Teil. Ah. Genau das brauche ich. Hä? Elli. Wo ist sie nur hin? Er wird mich niemals finden. Ich will nur deine Temperatur messen. Das kannst du dir abschminken, Papi. Elli. Komm wieder her. Das hier ist kein Spiel. Das ist albern. Ah. Moment mal. Ich hab's. Haha. Eine gute Idee. Volltreffer. Was war das? Sie ahnt nichts. Mal sehen, wie ihre Temperatur ist. Puh. Das war falscher Alarm. Jetzt kann ich weiterlesen. Hä? Oh nein. Damit ist nicht zu spaßen. Alles okay, Liebling? Meine Eiscreme ist kalt. Sieh mal. Yummy. Das Eis ist bitterkalt. Was für ein lahmer Witz, Papa. Meiner, das ist langweilig. Ich brauche neues Spielzeug. Oh, hey. Sind das Puppets? Ja, für dich. Hm. Meldies nehme ich. Ich will nicht mehr mit Puppets spielen. Hab's versucht. Was würde dir gefallen? Wie war's mit? Poptubes. Poptubes. Oh, geht her. So lang. Wow. Ja, noch eins. Oh, noch viel länger. Wo ist es hin? Aha. Versuch's damit. Strohhelme? Aber pass auf. Zuerst kommt der obere Teil weg. Dann der untere. Hier, für dich. Mini-Bob-Tubes. Wow. Trau dich. So winzig. Das macht Spaß. Willst du noch eins? Ja. Gib her. Tobe dich aus. Komm schon. Fast geschafft. Hey Champ. Ich hab Kakao gemacht. Nein, danke Dad. Ich hab Lemon. Oh. Aber okay. Was soll's. Ha. Yes. Erwischt. Hey. Lust auf eine Schachpartie? Sehe ich so aus? Vergiss es, Dad. Okay. Fangst und dreh dich. Hey. Hast du Lust auf Football? Jetzt nicht. Ich bin mitten im Spiel. Natürlich. Entschuldige. Was ist passiert? Das haben wir gleich. Die W-Taste? Wo ist sie? Wieso muss mir das passieren? Was ist? Kann ich dir irgendwie helfen? Ah. Ich sehe das Problem. Was ist das Problem? Dad? Haha. Mein Moment ist gekommen. Wow. So. Das haben wir gleich. Verwende einen 3D-Stift für die kaputten Tasten. Bedecke die Tasten komplett mit dem Stift. Wenn es trocken ist, male mit weiß die Buchstaben drauf. Gute Arbeit. Fast wie neu. Sieht gut aus. Hat's geklappt? Ah. Da fühlt man sich gleich junger. Wow, Dad. Krasse Moves. Langsam. Ja. Ich kann's. Wow. Ich stehe. Und das Puppet gehört mir. Und das Puppet gehört mir. Das ist, das ist schön. Ich bin gleich da. Wow. Oh. Oh, Nibus. Das macht nichts. Schau mal was sich an. Halt still. Damit bist du geschätzt. Keine Beulen oder blauen Flecken mehr. Ja. Ich bin unaufhaltsam. Und knautig. Das fühlt sich lustig an. Und tut gar nicht weh. Puh. Nochmal, nochmal. Ich hab's geschafft. Jetzt kann ich mir mein Pop-It holen. Das hat sich gelohnt. Ich komme. So ist es gut, Liebes. Komm her. Danke, Mami. Seht euch all das Spielzeug an. Die kann man langziehen und biegen. Das macht so viel Spaß. Ich fühle mich so lebendig. Das sollte ich öfters machen. Ich könnte ewig so weiterspielen. Seht euch das an. Wow, ich liebe das. Ob ich wohl eine riesige Röhre bauen kann? Das werde ich gleich herausfinden. Und los. Vorsichtig. Das weiß ich. Gut, dass ich gelernt hab. Das ist voll einfach. Was ist das? Woher kommt das denn? Hallo? Die Röhre geht ja unendlich lang. Okay, ich bin bereit. Matthew hat einen Snack verdient. Rein mit dir. Das wird lustig. Was ist das für ein Geräusch? Wow. Süßigkeiten. Das ist ja eine Zauberröhre. Er hat es. Gut. Ich hab noch viel mehr für Matthew. Der Trichter beschleunigt die Sache. Hoffentlich ist er hungrig. Das war so lecker. Ich hätte gern noch mehr. Was ist das? Ich glaube, ich sehe etwas. Juhu. So viele Süßigkeiten. Heute ist wohl mein Glückstag. Matthew hat Süßigkeiten. Gibst du mir was ab? So was von lecker. Ich stelle mein Haus hier ab. Ich muss meine Autos holen. Hi, Noah. Das sieht spaßig aus. Hey, Mami. Willst du spielen? Klar. Ich setze mich hier hin. Nein, Mami. Mein Haus. Oh, oh. Das hat sich nicht gut angehört. Nein. Das wollte ich nicht. Ich biege das wieder hin. Hoffe ich. Oh. Der 3D-Stift kommt wie gerufen. Notfallreparatur gefällig? Wir zeigen, was du dafür brauchst. Beginne mit einer Hauszeichnung. Fülle sie mit einem 3D-Stift aus. Die Zeichnung dient als Vorlage. Zieh lange Striche mit dem Stift, damit das Dach bedeckt ist. Male die Linien dicht aneinander und vermeide Lücken. Bist du damit fertig, ist die Haustür dran. Und jedes Haus braucht Fenster. Denk dran, innerhalb der Vorlage zu malen. Jetzt brauchen wir noch Wände. Die malst du in einer anderen Farbe. Male um die Fenster und die Tür herum. Zieh das Haus vom Papier runter. Jetzt bauen wir das Haus. Zement wird dafür nicht benötigt. Mit dem 3D-Stift klebst du alles zusammen. Achte darauf, vier Wände zu haben, damit das Haus zusammenhält. Wurden die Wände befestigt, stelle das Haus hochkant auf. Befestige das Dach aneinander und bringe es am Haus an. Ein neues Zuhause. Sieh mal, Noah. Ich hab etwas für dich. Ein neues Haus? Du hast sogar einen Garten. Wow, warte, ich muss Pippi holen. Sie sieht so glücklich aus. Ich glaube, es gefällt ihr. Willst du einige dieser genialen Hacks selbst nutzen? Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.